komm vorbei wenn du zeit hast chat ich habe das gefühl wir haben gerade unsere seele verkauft so ein bisschen aber zumindest ziemlich viel gerechtigkeit ich kann kotzen ich hatte sie schon am haken wie konnte das schiefgehen das frage ich mich auch keine ahnung was ich als nächstes tun soll hätten wir besser forschen soll das wenn ich mit jett rede ich weiß nicht zuerst muss ich diese klamotten loswerden es bedeutet mir auch viel ryan was dir das eis schmecken ich habe einen moment mit ihrer ganz besonderen genossen oder eine verbindung zu ihr geführt die ich ewig in ehren halten werde und mein gott wie süß auch gott gegessen getrunken ist amüsiert es hätte okay so ich muss wirklich zugeben das fühlt sich echt gut an das war der hammer es hätte so ein geiles fest sein können das wurde kaputt gemacht durch so was das ist das scheiße oder doch ich weiß nicht ob wir einfach so aufgeben können ich freue mich schon auf die albträume heute nacht ja ich mich auch umziehen gerade alles durchgespielt die koa hd hi schön dass du da bist reden wie geht's dir das muss ryan sein der abend war vielleicht nicht nur scheiße nein der abend war definitiv nicht nur scheiße aber ich habe das gefühl wir haben gelb verraten es ist noch nicht vorbei gabe das verspreche ich dir wie fandest du den anfang sehr ich fand den anfang sehr süß also ich habe jetzt ich bin jetzt bei kapitel 4 und ja die ersten zwei kapitel die haben mich halt echt schon gekillt und ich fühle mich schon besser ich denke ich kann den boss man jetzt treffen ja ich weiß nicht ich sehe besser aus als ich mich fühle ich weiß nicht ich habe das gefühl wir haben riesen fehler gemacht aber ich hatte auch angst pike seine gefühle zu nehmen das ist jetzt so richtig so ich weiß nicht na dann gehen wir mal es ist halt ich bin halt gerade sehr deprimiert das ist halt so richtig so ich möchte den wichsern einfach die kehle rausreißen weißt du es ist so richtig so schade dass man das nicht verhindern konnte ja das ist leider so etwas sagt mir dass dein frühlingsfest aufregender war als du es dir erhofft hattest ziemlich ja du sagst wie pike mich verhaftet hat aber wie es aussieht hat er dich gehen lassen dann ist dann noch die sache mit rein und steff heute ich war mir nicht sicher warum es euch drei brauchte um da jens bestellung aufzunehmen ich weiß du bist es gewohnt dich um dich selbst zu kümmern glaube ich glaube ich erst musst du mir sagen was vor sich geht scheiß drauf was habe ich zu verlieren ja ist so man hat im moment eigentlich überhaupt nichts mehr zu typen hat gelb getötet ich habe beweise was für beweise ich habe sie von der hern gestohlen e-mails und dokumente die beweisen dass es zeitgleich eine zweite explosion gab um was zu vertuschen ich weiß nicht was es ist oder was ich als nächstes tun soll aber ich gebe nicht auf ich weiß was sie verbergen okay was warte sagst du mir gerade dass du wusstest dass teython korrupt ist die ganze zeit über teython ist der teufel der diese stadt im griff hat ich muss schon zu lange mit ihren geheimnissen leben nein ich weiß was sie in den bergen vergraben haben sagst mir weißt du was ich zeigste oh noch besser oh cool wir gehen wandern bist du mitten in ja genau mitten in der nacht gehen die da das ist doch jetzt nicht schon lass mich verarschen ich hab voll angst gerade wo sind wir mitten im nirgendwo zwei kilometer in die richtung habt ihr nach iten gesucht und dort fünf kilometer entfernt liegt die stadt okay ein belüftung schacht die gibt es hier überall wachsen in andere hinein und bilden so ein labyrinth das wonach du suchst ist da unten okay da 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 na da 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 Vergiss es! Jed? Warum bist du traurig? Oh nein! 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 No! Alter, nein! Nein! Nimm. Lieber vorunter. Ich habe versucht es dir auszureden. Dir Angst zu machen. Ich war mir sicher, dass die Fotos von Steph und Ryan dafür sorgen würden. Aber du hast nicht nachgegeben. Du konntest es einfach nicht lassen. Tu das nicht. Das muss ich. Vor zwölf Jahren machte ich einen Fehler. Und diesen Fehler kann man nicht rückgängig machen. Doch Typhon bot mir einen Deal an. Einen Weg, meine Stadt zu retten und meinem Sohn ein normales Leben zu bieten. Ich wollte nie, dass Gabe verletzt wird. Fick dich doch. Das ist grad... Nee, komm. Darf ich dir was verraten? Also kein richtiger Spoiler. Das passiert grad nicht, ne? Nee, nee. Alter, nein. Nein! Das ist jetzt einfach nicht wahr. Das... Ich... Was? 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 Was ist da grad passiert? Vor allem das Kapitel, das war vor kurz? Oder habe ich jetzt einen an der Klatsche? Oder hat sich mein Stream einfach neu gestartet? Was? Nee. Nee. Nee! Ja, mein Stream hat sich... Oder? Nee. 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 Ähm. Ich... Nein. Nein! Ich... Nein! Okay. 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 Ganz ruhig. Ganz ruhig, Säcker. Alles ist gut. Alles ist Totti. Alles ist in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Ich... Komm damit grad... ...nicht wirklich klar. Ich weiß grad nicht, was ich... Ähm... I don't know... ...what ich... Bitte, 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 bitte... Leute, ich komm da grad echt gar nicht drauf klar. Alex hat Ryan ihre Hose gegeben. Ja, die meisten geben natürlich Steph die Hose, aber ich find Ryan halt am... Ich weiß nicht, ich hätte den halt süß. Sorry. Ähm... Okay, wir haben keinen schönen Moment. Hat nicht auf der Couch gesessen. Nee, wir sind aber auch scheiße, ne? Steph hat Alex nicht auf dem Dach getroffen. Ähm... Steph... Ryan und Alex haben darüber nachgedacht, wie sie in der Black Lantern arbeitet. Äh... Haben sich geküsst. Yay! Yay! Ein... Ein schöner Moment! Puh! Aber wir haben... Ja, wir haben uns total verkackt. Äh... Fuck ey. Alex hat Riley nicht gefunden. Ups. Ups. Hast du ja gar nichts gemacht. Ja, ich wusste nicht, dass man so viel machen kann. Scheiße! Ich dachte, ich hab halt nur... Ups. Fuck. Oh nein, ich hab wirklich gar nichts... Oh, ich muss das ganze Kapitel eigentlich nochmal spielen, ne? Fuck ey. Okay. Ja... Ich muss das Spiel eh nochmal machen. Ich muss das Spiel eh nochmal durchspielen. Ich hab viel zu wenig gemacht. Kapitel 5. Seite B. Uh... Das ist, glaub ich, das letzte Kapitel, ne? Oh man. Willkommen zurück, Alex. Oh man. Willst du über deine Zeit in Colorado sprechen? Fangen wir doch mit etwas Positivem an. Was hast du aus deiner Zeit in Haven Springs gelernt? Ich dachte, ich hätte gelernt, was es bedeutet, einen Ort zu meinem Zuhause zu finden. Das hat sich sicher sehr gut angefühlt. Lass uns darüber sprechen, wie es war, als du herausgefunden hast, dass du falsch lagst. Ich meine, ich bin stolz, dass du es versucht hast. Du hast einigen Menschen geholfen. Warst einem Geheimnis auf der Spur. Hast einen süßen Jungen geküsst. Aber Alex, jetzt stehst du wieder ganz am Anfang. Nein. Ich gehöre nicht hierher. Wenn das wahr wäre, Alex, wüsstest du, dass du nur mit einem Stuhl sprichst. Okay. Wir sind, glaube ich, in so einer Art Albtraum oder so. Ich würde einfach mal vermuten, dass wir in einem Albtraum sind oder Fiebertraum oder... Guck mal, das sind wir. Ich finde, du bist süß. Klopf, klopf. Klopf, klopf. Okay, wir schauen uns um. Wie immer. Ich glaube, das bin ich. Fall Nummer 53322. Okay. Öffnen. 21. Weiblich, emotionale Instabilität, gelegentliche Wutausbrüche, Halluzinationen, wahnhafte Ideenbildung, Depression, Beklemmung, Diagnose... Lass man sie wo hineinwerfen? Alex erlebt die detailreiche und robuste Wahnvorstellung, dass sie die Emotionen anderer Menschen lesen kann und glaubt, dass sie aufgrund dieser Fähigkeit auf einzigartige Weise dafür gerüstet ist, anderen beim Überwinden ihres emotionalen Traumas zu helfen. Es fällt schwer, die Ironie zu übersehen, dass jemand, der so dysfunktional wie Alex ist, die Rolle des emotionalen Betreuers einnimmt. Wäre sie nicht unter meine Aufsicht zurückgekehrt, wäre es nicht übertrieben anzunehmen, dass ihre wackerhalsigen Versuche, ihre Freunde und Familie zu reparieren, zu Verletzungen geführt hätten. Ich glaube, dass Alex Wahnvorstellungen eine Bedrohung für ihr Wohlergehen, so wie das andere sind. Daher empfehle ich, dass Alex in eine endlose Grube geworfen wird, dass ihre Knochen an jedem hervorstehenden Brett und übrigens Fiegel brechen, bis sie in der Dunkelheit unter der Welt der Vergessenheit gerät. Dies ist meiner professionellen Meinung nach das menschlichste Vorgehen vor sie. Okay... Alles klar! Läuft! Nichts! okay das scheint mir definitiv ein traum zu sein warum muss life is strange immer diese sache mit diesen träumen machen die gehören dir das sind deine gesucht eine vermisste patientin hört auch elixiert immer an der tür gekratzt und versucht raus zu kommen aber sie wurde entkreilt also ist ihre fähigkeit sich selbst zu versorgen minimal falls ihr sie seid vorsichtig wenn ihr euch nähert sie wird freundlich und normal scheint auch sie hatte in der vergangenheit einige verhaltensstörungen gezeigt bitte helft mir meine patientin zu finden ich mache mir wirklich sorgen wie bin ich überhaupt wieder hier gelandet aufgepasst bewohner bitte heißt er und elixien im gruppen wohnheim helfen der hände willkommen wir freuen uns sind aber nicht überrascht dass elix sich erneut in der lächerlichen und unentrinnbaren umarmung unsere einrichtung wieder findet angesichts der neuerlichen aufregung ist dies ein guter zeitpunkt helfen der hände bewohner daran zu erinnern dass der impuls unsere einrichtung zu verlassen obwohl verständlich am besten unterdrückt wird denkt daran die wette draußen er zähne und unstellbaren hunger und ihr seid weich langsam und appetitanregend warum sich in ihr schlund werfen werft euch stattdessen in meinen wer ist da nie von ihr gehört versuchst nicht mal sicher ok ist das vielleicht die nummer hinten die da hinten steht wie war die nummer nochmal 5 3 3 2 2 5 3 3 2 2 5 3 3 2 2 5 5 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 1 Deshalb 5 5 3 2 2...! 4 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 Options Okay, wir haben unsere Gitarre befreit und stellen sie einfach dahin. Nice. Reparieren. Weil ich so viel zu tue, weil ich so viel Zeit habe. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit habe ich überhaupt. Dann versuchen wir mal zu spielen. Okay. Streifschuss, hm? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, Mutter Gottes. Eine Leiter. Wie praktisch. Oh, Gott. Okay, Alex, komm, du schaffst das. Du schaffst das, süßes zu sein. Nein, wir fallen. Scheiße. Fuck. Oh, verdammt. Nächster Traum, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass Chad... Ja, nächster Traum. Nächstes Reset. Oh. Hä? Gabe? Warte. Was? Gabe? Du bist tot. Und? Viele Leute sind tot, Alex. Die meisten. Wo sind wir? Ähm... Sieht aus wie ein... Krankenhaus. Dr. Mendes auf die Intensivstation. Dr. Mendes auf die Intensivstation. Ja, ist ein Krankenhaus. Gabe. Also, was ich weiß ist... Du bist zehn, ich bin 14. Unsere Mutter ist krank. So wie unser Vater, aber da... Leute, ich muss mal ganz kurz weg, ähm, nach den Nudeln gucken. Bin sofort wieder da. Klein... Ich weiß, ich weiß, weil wir... Ich weiß, wie soll여받� mit den Nudeln gucken. Although... Der hat mich kennt. 30-jährig、lánh mit... Mitdetermgen到了 dem Anywaysser railfassigende... Kaunderschöhn... Scheiße und ich habe da Tubré? mehr Hausbein... Der hat mich verliebt. Ich macheтяh auf die Intensivstation... Samerl건 – die bloahme Además Kno! Das sind светliche R contradictory? asaunShow